Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zurück zu einem vergessenen Spiel. Ja, ihr hört, ich bin nicht alleine der Cy-Sy-Sy-Feris. Cy-Feris. Ja, oder wie auch immer. Guck mal, jetzt sind wir schon zu dritt. Wunderbar. So, ich gehe jetzt einfach mal rein. Musst du auch Beitreten machen. Hab ich. Gut. So, ähm, ja, lange, lange, lange ist es her. Doch wie da kann. Dass wir mal Bad Company 2 gespielt haben. Ja, wir wollten eigentlich Battlefield 3 zocken, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert mit der Grafikkarte und so. Keine Ahnung. Ähm, woraus wir verlassen? Äh, G. G oder... Nee, nicht G. Dann war es F. Alles klar. Ich bin schon einmal gestorben. Hab ich dich. War das ein Kopftreffer? Ich sah gar nicht so aus. Oh, ich bin deaf. Ich auch. Level 2. Ich bin schon mal ganz eingeschickt. Wie kann ich schon Level 2 sein? Nein, äh, der Typ, der dich gekillt hat, ist Level 2. So, ich bin jetzt hinter dir. Kuckuck. 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 Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Geht dazu? Das geht. Das muss man ein paar Hälfte verteilen jetzt. Wow. Ja, so ist das. ich glaube da noch nicht nehme ich denn das m60 oh mein gott mg3 ja wohl die habe ich ja schon cool da ist ein medien kämpfen wird hier nicht toleriert noch so kann ich nicht auf die richtige taste drücke kämpfen wird nicht toleriert gegenseitig umgebracht ich meine du kannst du die ganze zeit an einem punkt stehen bleiben aber jetzt hast du dich selber in die luft du kannst hier auch bei einem von uns immer spawnen scheiße hier sind mir zu viele sniper ach du sitzt mal wieder im panzer alles klar und ich werde beschossen auch nicht frenchkiss nein ach so ich sollte ja kadonier spielen stimmt ja hast du ja gesagt oh ich glaube da Hilfe bei Squad doppelter kill hier frenchkiss mal wieder ich hasse den ganze Squad tot na klasse wow Oh. Shift ist euer Rennen. Ah. Alter, ich werd dir übelst beschossen. Schon wieder French Kiss. Ich hab grad nicht lieb. Kann doch nie angehen hier. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich hab euch doch gar nichts getan. Was ist hier los? Lass dich los. Ja, ich muss selber auch mal wieder reinkommen in das Spiel. Da ist sie. Medi. Falls du brauchst. Ah, ich hab einen im Visier. Ah. Hast du ihn? Nein, aber... Ah, ich hab dich vermischt. So, ich hab ihn. Ich hab ihn getroffen. Gut. Renata! Renata! Und... Hab ich dich. Da ist noch einer. Oh, da sind viele. Scheiße. Scheiße. Dreckiger Hund, du. Ah. Ehrlich, ehrlich. Ehrlich. Ah, schon wieder tot, Mann. Du weißt, dass du dich auch bei... äh... ein von uns... immer spawnen kannst, ne? Ja, genau. Das sind welche. Habe ich beide. Habe ich beide. Muhahaha. Ohoah. Tod. C4 Sprengstoff. Drecksack. Boah, also die nächste Mischung machst du aber nicht so extrem. Ohhhh. Alter. Ohhhh. Es gibt... Ah, macht mal wieder richtig Spaß. Ein bisschen... Eieieiei! Nein! Ohhhh. 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 Drecksack, Mann. Fram's Kiss. Boah. Ich hasse den. Denn auch? Na wo? Da ist ihm aus. Da ist ihm aus. Boah. 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 Das ist schon 2. Ich werde schon wieder beschossen. Eie. Was soll der Kack. Was? Es ist in der Krieg schon. Kann aber nie angehen. die meiste aktivität ist ich möchte meine kd-statistik nicht wissen also ich dachte das gibt es nicht was habe ich denn nur getan dass die so sauer auf mich sind ohio da sind viele wo ich habe bronzes da rum durch da die werden und so sicher da war auf jeden fall ach nö scheiß camper hilfe ein das gibt es doch nicht ach bis jetzt auch sani hilfe 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 ist der wo ist der kann doch nicht angehen danke sie was was nein das kann doch nicht angehen helft mir ronda und so Ey, dieser French Kiss. 39 hat der schon. Kann doch nicht sein. Mit 40 Millimeter habe ich den ausgeschaltet, lol. French Kiss? Nein. Aber macht Spaß, über den Fernseher zu zocken, oder? Das ist viel geiler als auf so einem kleinen Bildschirm. Ich finde, der ist so auf meinem Bildschirm, ist der ein bisschen schärfer, finde ich. Ist auch so, aber... Deiner ist so ein bisschen nebelig, finde ich. Super, jetzt haben wir irgendeinen da im Raum, der die ganze Zeit... ...teamspeak oder so drin hat, keine Ahnung. Da ist einer. Scheinkleister. Waren die nicht hier? Ach. Auch wieder tot. Ja. Ich auch. Das Schöne ist ja, ich habe ja 90 Framerates, das ist richtig geil. Was ist er? Was ist er? Bist du da hinten? Nein. Äh. Shit, shit. Da ist irgendeiner im Panzer. Fuck. Ich habe nichts gegen Panzer. Ja. So geht es natürlich auch. Jo, schön. Der Panzer ist weg. Wo ist der Messer nochmal? Äh. Mittlere Maustaste. Da muss die Maustaste. Ach. Da muss die Maustaste. Kann doch nicht angehen. Kann doch nicht angehen! Skippst du mich? Zum kurzen, zum kurzen, ich sag dir zum kurzen, was willst du denn nennen, den aber lass ich dir, ist tot, leert hast du jetzt übrigens springen, ne, ja weiß ich, ah ok, Ey, was? Wow, 150 haben wir hier, ey, ich bin schon wieder tot gleich Die sind doch alle am campen, ey, das gefällt mir gar nicht Wir waren doch auch gerade irgendwelche, na wir sind, da liegt einer, der ist tot Boah, da ist die Wand gepfetzt Scheiße Haha Haha Nein Granada Na, fort Granada Hahaha, was für ein Loop, ey Boah, ich bin gleich selber tot Tot Scheiße Wo ist der andere? Wo? Bist du noch Medi? Nee, nee, so Shit, na jetzt wohl auch kein Medi mehr Oh, 16 Ich glaube, hier waren auch welche Kuckuck Hallo Doch nicht Bevor du dich da überhaupt mal bewegen kannst, weißt du Bist du schon tot Keine bösen Wörter Ich schalte dich jetzt mit Boahm Schreit der vor Oh, ich habe einen doppelten Kill ausgemacht Äh, doppelten Kill ausgeschaltet Ja, nee, ist klar Whisky Cola Whisky Cola lässt schon zu wünschen übrig Hilfe bei kritischem Kill Fuck Ey, der ist nur am Campen da oben Blöder Heini da Und bevor Und bevor wieder irgendwelche Kommentare kommen Hey, du bist doch voll der Noob Oh, und ich scheiß da drauf Ja, mit einer 40 Millimeter gegen den Panzer kann ich nichts einrichten Das gäbe denn nix Boah, der Typ soll mal sein Headset oder so, was er da ausschaltet, er ist nervt Hörst du das Geräusche, nicht? Das kann doch nicht angehen, Mann Jetzt habe ich aber die Faxen dicke, ey Jetzt nehme ich Scharfschütze Ich werde mich irgendwo verschanzen und werde jeden einzelnen abknallen Endlich habe ich dich Komm, geht mal rein Das war es mir wert Dafür habe ich gerne Alle geopfert Ohohohoho, scheiße Frenchkiss mal wieder Ich hasse den Kerl Ich weiß auch nicht, warum Aber ich hasse ihn Scheiße Nein, scheiße, ich wollte den gerade messern Keine Bosenwörter Achite Achite 23 habe ich schon Naja Aber ich bin bestimmt doppelt so viel mal getötet worden Fuck Ich habe schon wieder verfehlt Ich habe schon wieder verfehlt几st, die ich schon wieder verfehlt habe ich schon wieder Toch Ich hoffe, ich milte mir vor Gott